Ja, ich komme nur ganz kurz, um das, was Felicitas programmiert hat, vorzustellen. Moment, Moment, ich habe es programmiert. Danke an die Models, danke an Sinjar fürs Design, danke an, ach Gott, wer war noch dabei, Else für die ganzen Bugfixes und wer war noch dabei? Egal, alle, die mitgeholfen haben. Unter der einprägsamen Adresse Raumseite, da wurde ist der Shop, gibt es auf jeden Fall jetzt irgendwie dieses tolle HTML 3.0-Formular, wo man sich irgendwie Sachen kaufen kann, weil das Problem, was wir jetzt hatten, war so, dass halt Leute, die neu dazugekommen sind, hatten halt keine T-Shirts und keine Labcodes, sondern hat es immer so gedauert, bis halt ich oder jemand anders mal irgendwie so ein Bestell aufgemacht hat. Und das ist halt so die Idee, dass die Leute, die jetzt irgendwie Neue hier zu uns stoßen oder die irgendwie noch Sachen brauchen, die ihnen fehlen, das halt relativ einfach hinkriegen. Dafür gibt es diesen tollen Shop jetzt, den Fleißen, die ich ihn gemacht habe. Hummeln. Hummeln. Halt, du musst das Browserfenster nochmal kleiner machen, so dass man den Inter sieht. Ja, also man sieht es hier unten so, da, 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 guck, genau. Da ist alles Inter-Proof, egal wo du hinscrollst. Das ist großartig. Das ist den Schuh hinterher, nein, Schuh hinterher, ja. Ich stehe mir nicht. Ja. Schick das an. Ja. Halt, Leute, Halt. Wow.